Hallo Leute, was geht ab, Leute? Wir sind Tati wieder am Start in Bagus. Wir sind auf dem Weg zum Friedensengel. Angeblich ist da jetzt ein Tragosto-Nest. Das checken wir ab. Probable, braucht noch welche. Tati hat schon wieder zu viele. Ich hab alles heute. Er hat echt alles, man. Schauen wir mal, was dort abgeht. Wir sind hier gerade Max Fieberplatz. Ihr habt euch gleich in der letzten Folge schon gesehen. Wir waren auf dem Weg, was essen gehen. Wir sind immer noch auf der Suche. Folge 2. Haben wir immer noch nichts gefunden. Alles wieder Badestand. Anfällt, dass er sich mal um was kümmert, Leute, kümmert er sich nur um seine Köpfen. Echt trau dich. Ja, definitiv. Ich will ganz Boden stehen Und ich werde alles tun Ich werd weiter gehen Und immer nur der Beste sein Hab so viel gelernt, es war ne harte Zeit Der Tag ist nicht mehr fern Dann zeig ich allem, was ich kann Der nächste Schritt wird nicht der letzte Zeit Keine Ahnung, wo wir sind, aber hier geht's ab Sichler, Tragosso, Nidoran männlich Tati fast überfahren worden Oh mein Gott Seep auch gut Da geht schon was Okay, sehr spontane Planänderung Der McDonalds, zu dem uns Tati führt Ist der von Bordeauxplatz Das hat er sicher nicht absichtlich gemacht Direkt hier die 4 Spots Das heißt, statt vieles enger heute Bordeauxplatz Tati muss farmen Das hat er bestimmt alles geplant Weil bei ihm geht's nicht im Nest Bei ihm geht's um pure Erfahrung Ja man, er hat schon alles Schaut's nur in sein Gesicht, dann wisst ihr schon Ihr seid echt dreckig Das sind die tunesischen Tricks Das ist fälliger Bullshit Ich hab gesagt, wo steigen wir aus Max Weberplatz, okay Ich hab gesagt, Prinz Gagenten oder Max Weberplatz Ja, aber ich hab mir gedacht Da gibt's bestimmt irgendwo Du kannst lachen die ganze Zeit Du kannst dich normal reden Weil ihr mich grad verachtet Was ist das für ein Scheiß Wir haben endlich den McDonalds erreicht Eine Weltreise war das Trotz Map Also Map ist nicht immer das Beste Doch, das lag am Mavicasro Oh mein Gott Hörst du Tati? Das hat er schon richtig gehört Ich mach das Internet aus Ich mach das Internet aus Schauen wir, oder? Auf geht's zum Bordeauxplatz Gestärkt Ja man Sehr lecker Vielleicht werde ich Dieses Wochenende nur noch 31 Schauen wir mal Lass die Jungs auf der Strecke liegen Außer Tati, der kann's noch mit mir aufnehmen Ja man Ich war mit meinen Augen echt krass unterwegs Ich war nicht mal die Woche krass unterwegs Nur ohne und zu Hause Das hat sich einfach gesammelt Ja, aber du hast ja anscheinend irgendwelche Spons Oder irgendwas Die letzten drei Tage Ich war mir fast gar nichts Oh mein Gott Pokémon Go tot Go Plus war tot Jetzt ist es wieder aktiv Aber jetzt geht's wieder ab Jetzt bin ich wieder dabei Mal schauen Mal schauen Geh mal los Wir dürfen die Zeit nicht verschwinden Auf zum Bordeauxplatz Jetzt Ein bisschen Bordeauxplatz endlich Ein bisschen Farmen Baugeschüsse im Hardcore-Modus Kapuze runter und los geht's Ich hab Glücksei deswegen Glücksei Nichts kann ihn stören Ich muss jetzt konzentriert bleiben Danach ist er endlich hoffentlich Level 29 Er zieht uns echt runter man Ja man Aber ab nächster Woche ist er eh nicht mehr dabei glaube ich Oh mein Gott Keine Ahnung Du bist ja irgendwie immer kommst oder kommst ja wieder nicht Ja ich bin jetzt von dir abhängen Von mir? Von mir? Das war das letzte Mal das ich hier abmahne Ja Echt jetzt? Ja Das nimmt gut abhängen Es nimmt 50 oder 100 MB Wann kriegst du dein Ding wieder? In zwei Wochen In zwei Wochen? Ja vielleicht kriegst du noch zwei Mal Oh mein Gott Oh mein Gott Koko war angeblich in der Nähe Wir lassen Baris im Stich Er ist grad in seinem Zen-Modus Irgendwas sammeln Koko Wai die Leute gehen ab Wie soll man mit Keine Ahnung wie die davon erfahren haben aber Auf geht's Koko Wai immer klasse Koko Wai Koko Wai Koko Wai Koko Wai Egal man Hey für die Kamera Aber egal wir gehen hin oder Action für die Videos man Hey ich hab's schon schickt gesehen Echt nicht? Ja Oh mein Gott Kennst du ihn ja auch oder? Ja Baris ist doch mitgekommen Ich bin schwer Warte ich wusste Kein Internet War Baris hin doch Ich bin Tati abhängig Glück sei richtig Minus jetzt Ja Oh mein Gott Richtig Missplay Ja und jetzt Aber ist die gut? Die ist doch gut oder was? Was? Die sind doch nicht Die besten Latakten Sinn oder? Kann ich die behalten wenn die gut ist oder? Wissen ihr gut das Rücken weiß? Ne Nix wissen wir Ist ein Fake Oh mein Gott Ist ja auch ein Fake Hey ganz ehrlich das wäre doch So ein Safe schon in der In der Weile ist hier Baris kommt Oh mein Gott Ist das war ein Prank oder was? Das war doch unklar oder? Wieso? Das hätte doch sein können Ja das hätte echt sein können Ja man Du das hättest schon lange in deinem Jus Oh mein Gott Oh mein Gott Folg die Kinder Das war nichts Sorte Oh mein Gott Oh mein Gott Das war es Ein infant Tätini In diesem Schaufen Wenigstens ein bisschen Action Ich brauch nur noch 2-3 Dann kann ich sogar Drago ran Oh mein Gott man Ja man Ein Trattini 20 Kilometer gespart Ong 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 Ist Äh Level 31 Balter Das geht gar nicht Schau mal Wir gehen jetzt mal an den Spot, wo der eigentlich immer ist und wir hoffen, dass er da ist. Wahrscheinlich schon. Wobei ja eigentlich auch Spawn Punkte geändert wurden, Positionen und so. Baris, du weißt schon, dass auch die Punkte geändert wurden, gell? Hast du's? Ja. Ich hab schon gefangen gerade. Ist es gut? Nein, es ist insgesamt ganz gut. Also das heißt so schlechter als 70 oder so 75. Und First Try, Hong hat den gleich heute. Sehr nice. Wieder ein paar Kilometer gespart. Auf geht's, zurück zum Sport. Baris, die Punkte brauchst du noch? 4.000. Baris braucht noch 4.000. Dann ist er 29. Dann gehen wir. Baris ist immer noch auf der Jagd nach seinem Level 29. Aber alle Module bis auf eines, aus. Sieht echt schlecht aus für ihn. Ich hab echt eine echt geile Idee, was er eigentlich noch machen müsste. Die müssten zum Beispiel auch anzeigen, wie lange so ein Lockmodul noch läuft. Von der Uhrzeit. Weißt du, was ich mein? Weißt du, was die machen werden? Und von 30 auf 31? Das weiß ich nicht. Äh, 500.000. Oh mein Gott, was ist das für ein fetter Sprung. Deshalb ist von 31 auf 32 auch 500.000. Genau, genau drunter. Ich hab das so gehört, das stimmt schon, Baris. Wir haben hier die letzten leidenden Momente von Baris. Vorher endlich Level 29 kommt. Ihr werdet mich jetzt in den Videos nur noch mit Tati sehen, weil ich hab kein Internet mehr die nächsten zwei Wochen lang. Du hast echt abgestürzt. Jetzt werden wir sehen, ob ich das überhaupt zu lasse. Ich war Level 14, er war Level 26. Ich war Level 20, er war 27. Er war 27, er war 22. Er war 27, ich war 25. Er war 28, ich war 26. Er war 28, ich war 28. Und dann tot. Er war 28, ich war 29. Er war 28, ich war 30. Und jetzt wär ich fast 31 gewesen. Und er immer noch 28. Ich glaub, ich hab was auch dabei. Immer. Hast du's? Was machst du jetzt da eigentlich? Ich hab keinen Platz mehr, ich muss eine Promo wünschen. Entwickle halt eine, da hast du eh schon deine 500, 400. Einfach so. Mach halt einen jetzt wenigstens. Nee, die leidenden Momente noch nicht. Oh mein Gott, versuchen sie später nochmal. Wieder in Carpador, okay? Jetzt ist es so Carpador-Welle, oder was? Schau mal an. Ernst, krass. Carpador. Okay, da ist noch ein Zubat. Hast du den? Und dann müsstest du's eigentlich geschafft haben, oder? Ja. Was gibt's für Level 29 für Items? Oder wie viele? Paar Bälle. Nix Besonderes. Nix, nix Atemberaubendes. Wie, Level 30 war saftig gern mit Inkubatoren? Hast du die alle benutzt schon? Nee. Du? Na ja, was hast du eigentlich bei deinen Zehnern bekommen? Nix Besonderes. Onyx, Sichlor und... Sichlor ist gar nicht so schlecht. Also kein Relakser? Nein, kein Relakser. Onyx, Sichlor, Nocturne und noch... Okay, wie er Nocturne bekommen hat. Der leid ich immer noch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. 10 Bälle. Oh mein Gott. Das ist ja richtig trauriges Level. Bei 30 wird ab. Next Stop Level 30. Wie lange wirst du da verbrauchen? Drei Wochen. Drei Wochen? Nein, das wäre sogar gut. Ich glaube drei Monate, Mann. Oh mein Gott. Ohne Spaß. Der Name ist ja geschafft jetzt, oder? Oh mein Gott. 350.000. Okay, das war's. Ciao, Jungs. Ciao, Hom. Ciao, Hom, Mann. Geiler Tag war's heute, oder? John, er nimmt die Twin Twister mit. Ich kaufe sie dir. Okay. Heißt doch nicht, John. Du hast gerade John gesagt. Nein, nur du. Ja, Mann. John wird das auf dich schieben. Oh mein Gott. Wenn du siehst, merkst du eigentlich was. Du wirst ein klarerster. Hat die Leiter nicht. Ohne Scheiße, Mann. Twin Twister, Hom. Das war's von uns. Bagisch ist es endlich Level 29 gekommen. Schauen wir mal, wie lange er für 30 braucht. Ich hab mein letztes Nidoran am Bordeauxplatz gefangen. Jetzt kann ich mir endlich Nidor King machen. Ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt unsere anderen Videos ab. Checkt unsere Facebook-Seite ab. Und schreibt unten in die Kommentare, wo wir als nächstes hingehen sollen. Wir haben da ein paar Orte, zum Beispiel Nymphenburg, Nymphenburger Schloss oder Bavar gepackt. Schauen wir mal. Aber das war's von uns wieder. Das ist mein erstes Nidor King jetzt. Und vergesst nicht, Pokémon is serious business. Und hab ich jetzt nur noch nie mit den Nidoran. Und dann gucken wir uns jetzt. Und bei uns. Und dann sagen wir uns auch. inadvert點 nach, towels, und an. Und das war's von uns. Wir haben die Nid?